Auch wenn es langsam ein wenig übertrieben wird mit den Banditen. Jetzt wird zur Hölle wieder hier eine Straße wollen, die so steil ist. Na gut, es ist eigentlich keine Straße, sondern nur ein stinknormaler Weg. So, was soll's noch? Ach, komm nur Kumpel, danke, gut, wieder auf das Pferd, warte kurz, kurz heilen, ja genau, so, jetzt aufs Pferd. Ich bin voll entspannt, Leute, jetzt wirklich, vielleicht schneide ich das raus, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich schneide nicht, das wäre irgendwie armselig. Ja, weil ein Bandit jetzt nicht gereicht hat, muss jetzt ein zweiter her. Ja, danke für gar nichts. Okay, die Stimmen sind auch richtig dämlich. Sorry aber. Ist so. Geht's dir gut, Pferdchen? Wie viele Banditen wollen die einem noch vor die Fresse stellen? Vor allem sind das nie Argonia. Ich mein, wie sieht dieser Dolph überhaupt aus? dieser Spezial Argonia. Ah, hier. Okay, bin ich noch richtig? Ja, ich glaube, ich gehe jetzt hier drüber, hinein in den Wald. Gut. Irgendwo hier wird schon der richtige Weg sein. Auch wenn einfach alles extrem steil ist. Es ist völlig übertrieben. Ich meine, nicht mal hier in der Schweiz ist es überall so steil. Eigentlich nirgendwo. Jedenfalls nicht. Ein wenig weiter und den Alpen weg. Egal. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass diese Videos niemanden unterhalten werden. Okay, kurz heilen. Regeneriert das Pferd die Lebenskraft? Weiß jetzt gar nicht. Eigentlich sollte es das, glaub's. Was? Hallo Schlammkrabbe. Hallo Schlammkrabbe. Was haben wir hier? Festung Goldkehl. Oh, Goblins. Okay. Die sind schwächer als ich gedacht hätte. Eisenwirken lasse ich jetzt mal. Gold und Silber. Nehm ich mit. Kann ja nicht schaden. Gut. Weiter runter gehen. Okay, hier gibt's einen Eingang. Ich geh jetzt mal rein. Irgendwenn ich Kriegerlen kann ich schaden. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Die Pferden sind auch mieser als in Skyrim. eine Menge. Ich geh jetzt heilen. Einfach. So. Ah. Genau. Danke. Gut. Weiter geht's. Ja. Hallo Goblin. Ja gut. Einen Dietrich. Den nehm ich gern mit. Ja gut. Gehen wir. Wieder hoch. Ja gut. Was haben wir hier oben? Ich hasse dich. Ah. Fick dich selbst. Nein, das nehm ich lieber nicht mit. Ja. Super. Gib mir die Pfeiler gerne. Ja. Dietrich. Und schweres Gift der Dummheit? Was? Okay. Ist ja egal. Hallo Jungs. Ja. Ratten. Skipper sind cooler. Ah. Scheiße. Neh. Hey. Ich bin G�au. Ja komm mal. Ja komm nochmal. Ja komm noch mal. soll jeden Tag einladen lassen. croft!? Ja, drop einfach nichts. Nett. Okay, hier ist ne Truhe. Ah. Uh. Das freut mich jetzt. Okay, gehen wir weiter runter. Oh, ich will mich zuerst teilen. Jedenfalls ein bisschen. Yay. Wirken jetzt auch meine Wiederherstellungszauber mehr. Ich warte jetzt noch ne Stunde. Gut. Was hatten wir? Ja, hier unten ist nichts. Und hier oben geht's nachher noch in die andere Richtung weiter. Gehen wir jetzt mal hier durch. Ich hoffe immer noch auf einen großen, coolen Endboss. Ja, super. Das ist es. Irgendwie schafft es dieses Spiel immer wieder, mich zu underwhelmen. Weil irgendwie komme ich hier gar nicht raus. Also entweder habe ich was übersehen oder ich sterbe hier unten. Ach nein, ich komme ja hier durch überhaupt. Stimmt. Gut. Scheiße, ich hätte den Sarg öffnen können. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Geh, das können wir jetzt noch schnell mal nachsehen. Wir haben ja Zeit, oder Leute? Ha. Ha, ha. Ja. Ich bin richtig. Okay, ich hätte doch nicht den Sarg öffnen können. Damit wäre die ganze Aktion absolut nutzlos gewesen. Schön. Runter wieder. Ah, gut. Danke. Besten wieder raus. Hier direkt. Hier unten ist, denke ich, jetzt mein Pferd. Jedenfalls habe ich es dort hingestellt. Ja, dort. Gut. Jetzt habe ich mich schon gefragt, was hier los ist. Das hat immer noch die gleiche Hälfte. Das ist nicht gut. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, ich habe jetzt schon das entdeckt, wo ich hin muss. Also, jetzt unten auf der Minimap. Ja, danke du blödes Viech. Gut, und noch einen. Okay, das war ja wohl doch nicht unser finaler Aufenthaltsort. Und hier dieser komische Schrein. Vielleicht ist es jetzt die Höhle, die wir jetzt sehen. Wird es wahrscheinlich sein. Gut, Leute. Ich würde mal meinen, das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich diese Höhle gehe und schaue, ob ich da was ausrichten kann. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.